Ja, hallo zusammen bei einer weiteren Runde Ages of Mayhem. Ja, sind jetzt ein paar Tage keine Folgen gekommen. Ich werde jetzt versuchen, die Mission nochmal zu spielen. Allerdings, gebe ich auch ganz offen zu, in einem etwas leichteren Schwierigkeitsgrad. Einfach, weil ich sage, es ist gut. So oft, wie ich es verkackt habe, das ist schon nicht mehr feierlich. So, wen nehmen wir denn mal mit hier? Team bearbeiten. Ähm, Oni bleibt mal zu Haus und es kommt dafür... Naja. Gat könnte man mitnehmen. Kingpin ist auch so niedrig levelig. Wir nehmen Yeti mit. Der bleibt. Und wir nehmen... Wo bist du denn? Hallo? Da. Fortune mit. Das sind so unsere... Oder jetzt sage ich jetzt mal meine... Ja, besten... So. So. Ich nehme mal auf vier. Und sage entsenden. Und dann dürfen wir gespannt sein. Ja. Ich bin es auf jeden Fall, ob ich es dann dieses Mal schaffe. Ja, genau. Let's do this. Time to go, people. Weil das ging... Ging mir beim letzten Mal etwas auf die Weichteile, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ohne zu sehr in einen Jargon zu fallen. Ja. Wie auch immer. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Time to meet my fans. So sieht es aus. Huch. Das war doof. Das war richtig doof. Falsch. So. Schauen wir mal, ob ich das dieses Mal schaffen kann. Hau ab. Hint fort. Ja. Ich bin mal extrem gespannt. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich bin echt mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Na dann, wollen wir mal schauen. Ich muss erst mal wieder ein bisschen klarkommen hier. Ähm. Hab jetzt ja, wie gesagt, ein bisschen nicht aufgenommen, weil ich extrem gefrustet war. Ja. Ja, 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 ja. Friday ist gut. Ja, Hollywood kann ich verstehen. Du bist einfach der Held im Erdbeerfeld. Das wird jetzt ja, wir werden jetzt ja gleich mal in Arena kämpfen. Ja, weil wir es können. Na, das wollen wir noch mal schauen. Erstmal ist das der Plan. Ja, ja, ja. Dann wollen wir mal schauen. Ja, ja. Hier geht es gleich ab. Ach, scheiße. Kann dir das mal lassen? Hau ab. Hau ab. Einfach abhauen. Na, 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 na. Na, weiß ich nicht, ob du das wirklich weißt. Da war doch was. Wo war denn dieser scheiß Strahl? Ouch, Arsch, Alter. So. Arsch, Alter. Kannst du das mal lassen. So. Ey, kannst denn scheiß ... Ja genau, take cover. Ja, ich hoffe doch. Nein, 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 nein. Ja, na dann, wollen wir mal. Bisschen Stress an mir. Ach, da ist ja. So, Schnauze. Na, 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 da ist doch... Was haben wir hier denn? Ey, 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 ey. Ups, da gab's aber... Die sind aber böse. Ähm, da im Nahkampf. Arschloch. Arschlöcher, 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 Arschlöcher. Arschlöcher. Könnt ihr mal aufhören? Könnt ihr mal auf... Alter. Mach Sitz, Arschloch. Ja, 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 ja. Alter, hör auf damit. Oh, oh, ich muss mal eben in Deckung. Ich hab null Schild. Ah, da ist Ruhe. Ah, so, ich Arschlöcher, ey. Könnt's das mal lassen. Ähm, wie wär's mit dem Switch? Warum klappte das jetzt nicht? Kann man das mal einer verraten? Alter, so schnell tot, ey. Ah, ich mach's jetzt noch mal einen runter. Das ist echt unfassbar, ey. Es tut mir leid, aber ich möchte auch weiterkommen. Und möchte euch da nicht irgendwie die ganze Zeit, äh, wie soll ich sagen, mit diesem einen Level irgendwie belästigen. Das kann's ja echt nicht, äh, hätte ich, könnte ich, oder wartet? Nein, ne Karre wollte ich jetzt gar nicht. Nein. Ähm, nein. Team. Äh, Verbesserung. Äh, Verbesserung. Action halt. Äh, Kernverbesserung. Spaghetti Western, lalalala. Fortfahren. Ja. Könnte ich da immer noch was machen? Ah ja. So. Was ist denn bei dir Schönes los? Verbesserung. Eisbrecher. So, und was mit Fortune ist, glaube ich, nee, können wir nix machen. Okay. So, dann schauen wir mal. So. So. Damn it, they block me in. What? Oh, blast it. That shield generator is invulnerable. Give me a moment. I'll see if I can shut down its defenses. Hm. Äh, hörst du da hinten wohl auf? So. So. Ja, ja, werf mal deine Granate möglichst an mir vorbei, würde ich mitfinden. Na, aufhören. Ja, ja, genau, du arbeitest dran. Und der shield generator is now vulnerable. Good job, Stephanie. Why, thank you was all right. What? Aha. Hau ab, Arschloch. Abhauen, Arschlöcher. Immer schön ab. Ich würde ganz gerne... Ach, hau ab hier. Ach, scheiße. Ich krieg das auch mal den Wechseln zum richtigen Zeitpunkt. Das klappt irgendwie nicht wirklich. So. Alter. Mach Sitz. So. Kein Schild, das ist nicht gut. Arschloch. Arschloch. Alter, ist jetzt mal gut hier. Ich bin mal weg. Null Schild ist immer doof. Und das, obwohl ich den Schwierigkeitsgrad heruntergestellt habe. Komm. Alter. Ist jetzt mal gut hier? Könntest du mal wechseln? Mal wieder. Wir werden victorisch sein. Ah ja. Das war auch wieder ein typisches Arschlöcher mit X. Das war wohl nichts. Mal wieder kurz. Lass das. Lass das, oh Mann. Ich werde wieder verkacken. ja verkackt ja ich weiß es nicht mehr echt nicht ich überlege ja wirklich jetzt echt weiß ich nicht keine ahnung keine ahnung bin gerade ein bisschen gefrustet na guten Tag alter diese Scharfschützen sind doch der größte Rotz von Welt echt kein Schild schweinebacke Schnauze ja ja du und deine Granate ah man da oben drauf wo bist du denn du Arsch Schnauze wo bist du da so werde ich den die ganze Zeit von oben beschossen nein meine Güte noch mal wie sollen das jetzt erst wieder gegen den Amcos werden ja es wäre schön wenn du ihn schon nängst down gekriegt hättest es wäre schön Oh, man, ey. Jetzt reicht's. Ja, Stufe 20, was hilft es mir? Ich hätte das viel lieber bei den dicken Robotern eingesetzt, als hier jetzt, aber irgendwie... Ja, was auch Zeit. Ja, das probieren wir jetzt auch. Ihr habt keine Lust, mich mit euch rumzuärgern. So, wenigstens das. Der erste Part ist schon mal getan. Ja, was soll ich sagen? Ich werde die Aufnahmen hier unterbrechen, eine kleine Pause einlegen und dann schauen wir mal, was wir da diesmal bereisen können. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Mayhem has its share of eccentrics, but let me introduce the most volatile of all, the so-called bombshells. I like what I see. I like what I see. No team is complete without its lunatic. Red Card is a football-obsessed psychopath with a heart of gold. Well, maybe silver. Well, maybe silver. Well, maybe silver. We'll be right back to $5,000. We'll be right back. Good to see you always. Untertitelung des ZDF, 2020